Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hempire hier beim Kaiser auf seinem Kanal. In irgendeinem, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, vor geraumer Zeit hat Hempire selbst mich mal in irgendeinem Tweet als den deutschen Kaiser bezeichnet und deswegen trage ich auch die Krone. Ja und, ähm, I'll take all the money. Give me them shit. Gut, jetzt habe ich ein Haus mehr. Geil. Habe ich noch eins mit Schippen? Ja, hier, Tapete, Dachpappe, Schippen. Äh, 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 ähm, kacheln. Ja gut, da ist vielleicht noch ein Haus, das ich mir nochmal, nochmal leisten kann. Ah, hör auf. Eventuell. Sollen wir uns hier erstmal diesen ganzen Kladderadatsch hier. Und die Wohnwagen. Ja, nice. Nice. So, ach genau, was habe ich hier noch gekriegt? Zehn Diamanten. Ich glaube, sowas in der Art habe ich gesagt, dass ich bestimmt wieder auf zehn runter geschoben werde. Was ist hier sonst noch? Irgendwas? Hier gibt's Monetas. Geil, das nehme ich doch gern. So, im Lab. Ich bin ja hier mit dem Züchten beschäftigt. Aber, ähm, das läuft wieder alles andere als gut. Komm, hier, komm mal. Ja, ja, gut. Ja, das nehme ich jetzt trotzdem. So, also Skunk. Nein. Ein bisschen. Hör auf. Äh, auch ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Mit sich selbst habe ich festgestellt, ergibt quasi gar nichts. Das ergibt quasi auch nichts. Das ergibt quasi auch nichts. Wie ist das hiermit? Nischt. Nischt. Und wenn ich das hier nehme? Ah. Okay. Dann machen wir das. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier auch die Story erledigt. Ah, genau, das war das. Betty wollte, dass wir ihm einen Job besorgen. Bin gespannt, wie lange er durchhält. Oh, hier so ein Topf von Geld und Erfahrungspunkte nehme ich doch gerne. Schön zu sehen, dass hier noch nicht alles im Chaos versinkt. Hat der Arzt dich für gesund erklärt? Denk nicht so viel darüber nach, denn denken ist nicht deine Stärke. Bin ich hier fertig? Ich hatte sowieso Besseres zu tun. Ist okay, Bobby. Sie müssen uns nicht anlügen. Du hast gar nichts Besseres zu tun. Du bist ein Lüger. So, zeig mal, was haben wir hier? Yo, wir müssen was wegen Wonder unternehmen. Sie läuft rum wie so ein Zombie. Ich hasse es, das zu sagen, aber ich glaube, wir müssen sie damit konfrontieren. Wir brauchen was kräftiges zur Stärkung der Nerven. Okay, Ernte 3 mal G13 Haze. Naja, gut, okay. Habe ich zufällig irgendwo eine? Ähm, warte. Hör auf. Ne, das ist normales Haze. Ah, gut, okay. Das ist doch Scheiße jetzt. Das ist doch jetzt Scheiße. Welchen Platz habe ich hier? Eigentlich auch nicht wirklich viel. No, no, no. Okay, kann ich gerade irgendwas bauen vielleicht? Ich kann Lampen reinschrauben, aber die brauchen wieder 4 Stunden. Und 4 Stunden verschwenden für einen Slot im Lager halte ich jetzt nicht gerade für die beste Idee. Ach, guck mal hier. Fangen wir doch mal mit dem Haze an, dann kann ich das da wegschicken. Nein, falsch. Nein. No, no, no. Hier ist Haze. Schnüppel. Bam. Gimmi, dumm, shit. Gut, das hätten wir. Ähm. Jetzt brauche ich... ...diese Diamantensorte. Habe ich die irgendwo? Da ist Flagge. Nochmal Flagge. Das ist zwei verschiedene Flaggen. Flag. Gut, okay. Okay, okay. Da haben wir das. Schön. Bam. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich hier beim Doc machen kann. Welche Fahne ist das? Good Madison. Das war das hier. Schnipp. Dankeschön. Oh, warte mal. Acht von sieben. 250. Ne, komm. Dann pflanze ich die einfach nochmal nach. Und gebe das lieber hierfür aus. Oh, guck mal. G13 Haze. Das ist super, weil das ist sowieso in meiner Quest mit drin. Das ist die andere Flaggensorte. Kann ich gerade zufällig... Nein, kann ich nicht. Aber huch. Aber ich sehe, ich habe hier noch eine Northern Lights. Schön abschnippeln. Und daraus mache ich jetzt einmal schön Kiew. Um das hier abzuschneiden, da warte ich noch einen Moment. Mehl und G13 Haze. Kann ich Mehl so bauen? Ja. Und der Auftrag war G13 Haze. Ja, okay. Eins. Zwei. Guck mal, da brauche ich quasi noch mehr Mehl. Also muss ich noch zwei weitere Male Mehl machen. Dafür brauche ich Skunk. Habe ich das zufällig ausgesät? Ja. So, und da kommt dann quasi das dritte Mal G13 Haze rein. G13 Haze braucht diese Temperatur. Soll es kriegen. Und ich mache jetzt hier nochmal Kiew. Oh, danke. Oh, danke. Oh, 12.000. Geil. So, warte, wie sieht denn das aus? 42 von 50. Na, dann nicht. Dann nicht. Du Lümmel. So, aber ich kann hier... Das dauert 20 Minuten. Pilz, Blaubeeren und Mund und Zeug. Habe ich das hier irgendwo? Da ist Mund und Zeug. Mund und Zeug. Also, Pilz und Blaubeeren muss ich noch nachsehen. Dann mache ich das... Sähen. Dann mache ich das doch mal. Und... Die zweite Fleck habe ich nachgesät. Huch, ah, hör auf. Ja, und damit sind die Plätze eigentlich auch schon bedeckt. Na gut, dann kann ich den Auftrag hier machen. Weil, was man hat, das hat man. Wie viel Dünger habe ich? Sieben. Okay, da muss ich... Da muss ich auf den richtigen Moment warten. So, wie sieht das aus? Ich brauche hier... Ich glaube, das ist THC Liquid. Dafür brauche ich CamDog und Jack Hara. Jack Hara steht da. Aber habe ich auch CamDog? Ja, hier. CamDog. Hawk. Geiler Scheiß. Und die Jack... Hallo. Und die Jack Hara. Ja. Ja.